So, Centus, ich bin bereit. Gleich voll, ne? Direkt full dir. Selbst mit Hose und Helm machst du schon full dir. Juppe. Hast du gerade irgendwas eingebrochen dafür? Das ist aber gar nichts mehr hier, ne? WTF? Ja. Hat er irgendwas eingeworfen deswegen? Soll ich gemacht haben, ne? Na ja. Dann hab ich schon mal eine Rüstung. Eine Rüstung, Rüstung. Ja, ich bin am Lenny seinen Todesdingens. Soll ich irgendwas einnehmen, ne? Todesstab? Du hast keine Schuhe an, oder? Ich? Ja. Doch, du wirst lang für gut sein. Ganz voll kurz. Lol, nein Spinner, geh weg. Gut, man muss die ganze Rüstung auf einmal anhaben. Ich halte mich kurz. Das ist doch noch. Das ist einfach so OP, ne? Das. Ja. Das Buch ist so geil, ne? Hätte ich denn wieder da? Oh nein! Ja? Können wir? Keinen Moment. Muss der Bink nicht aktiv sein dafür? Ich will auch. Ja. Würde ich mal sagen, ja. Wo seid ihr? Weil deine Decke drüber ist. Wo seid ihr? Hm. Blackfiller auch. Darf ich die Decke mal abbauen? Wo seid ihr? Hallo? Ich glaub kaum, dass er durch die... die Blöcke aktiviert wird, oder? Doch, jetzt müsste... theoretisch, wenn mein... Ach, der aktiviert die doch? Ja klar. Hallo, wo seid ihr? Sag ich dir nicht. Warum nicht? Kann'st wegblieben. Byy. Komm her, ich bin bei uns, bei mir sind wir. Da, wo wir 라고 kommen. Wir haben da Elevator, oder so. Mein Gott. Warum machst du das bei dir? Dann wird den Exquivator genommen. Soll ja Marner für den Aktiviren brauchen. Ach so. Kann mir gehen karten. Kommst du? Was? ja ich mein hier warum gehst du eigentlich nicht in die portalwelt und bist da durch das portal zu mir hinter dir ja jetzt haut er wieder ab da hießen beim torm kann ich da am anfang kriegt noch eine bazooka reinballern einmal macht das so weit oben nicht so viel schaden wir überleben das so ja ich überlebe das auf dem beispiel sterblich rechtsklick auf den bieten machen damit oder nein mit dem terras die oder ja ich glaube die feiert wieder irgendwas das ist wieder am feiern der junge vielleicht muss man da rein tun perhaps the configuration of catalyst pilots might be off ich sehe das noch mal durch zentos ich sehe das noch mal durch ja wo ist es her oder hast du es dir selber ausgedacht oder so nein du arsch leg das ding mal in den bieten rein oder job das mal da drauf nein nein das ist rechts drauf wirklich so hast du vielleicht die man aus der terras die gedöhnt sie unten falsch herum angeordnet so richtig aber ich weiß nicht ob vielleicht doch einfach die anderen blöcke ähm nein hör doch mal zu ich hab das buch auf dazu ja und das wäre aber das beste das war jetzt erst auf der revideopreis schon zu ende? hast du auch noch nicht das ganze ding geguckt oder? nee ist schon zu ende? und nun? warte ist das jetzt echt zu ende? denn du hast da licht noch im block äh ich weiß nicht ob du blitzschst du bist auch hier? ich weiß dass du noch im block bist ich hab doch keinen platz mehr brenne noch halbes her anderthalb oder das kann auch ein anderes problem grad sein ey black ja komm schieß auf mich mhm haha du machst mir keinen schaden junger was steht da mit dem mana pylons? sind die zu niedrig wohl? ein block ich geh so lange auf k mhm aber muss der abstand nicht gleich sein centos ist doch gleich ne guck mal hier guck mal wenn du hier guck mal den pylons eins zwei drei vier fünf sechs eins zwei drei vier fünf sechs und der mana pylons ist auf der stelle ja ich bin mit meiner rüstung auch mehr oder weniger unsterblich das ist nur dafür um den höher zu setzen du hast so lange bis du kein blut mehr hast und ich so lange bis die durability runter ist ja aber muss der abstand zwischen dieser pylons und der mitte hier nicht gleich sein überall oder vielleicht lassen guck mal wenn du so guckst ist das ein bisschen nicht gleich ne ja das stimmt zwei vier ja die sind echt nicht gleich sag dich ja der eine ist sogar ein bisschen sogar eins versetzt ja der hier ist vier weg und der hier ist nur drei weg ne deswegen ja der ist einfach nicht mehr in der reihe ja zintus da hast du mich dich verkackt mhm aber ja der hier auch nicht die sind alle nicht richtig ey das sind unge ich weiß klar dass er auch da ist mit katie normalerweise musst du eigentlich zwei ausstellen wo die mitte ist hier hast du jetzt platz zwischen eins zwei fünf sechs sieben guck mal das problem ist der die müssen noch ein vier ich mach das frei nicht komplett durchziehen das hier drei streben noch mal aus jetzt langbord führerschein nein ne eben nicht so guck mal der muss zum beispiel ein rüber oder der nach hinten kann glaube ich nicht ganz ich würde erstmal alle abreißen zentos nochmal weil guck mal du siehst ja hier dass der hier nicht mit der in einer linie schon mal ist der hier der guckt ja auch das oder man muss der immer auf diesen mal nach den gucken was solls was solls was solls essen jaja sagt auch richtig schmeißt mir überall seinen müll hin wenn man das noch nicht anders kann hallo später kentos ist abgefragt nackig egal ja ihr nervt die grad voll merkst du das eigentlich leckt was ist das denn alter öh von tom bridge von art magic carpet cool cool diese musik die die grad hört die ist voll entspannt was die sind voll geil die sind grad auch voll entspannt achja ja der hier ist auch noch eins versetzt weg der hier ist eins über oben ja ich mein doch nur der hier ist versetzt der ist eins über oben weißt du wir wollen nur helfen auf einmal so ja wie strom der hier hat ne macht ihr damit er macht damit einfach einen pulverizer und so einen eloi smelter ich hab momentan nur aufgeladen damit er macht einfach gar nichts damit er macht einfach gar nichts damit außer seinem ofen und dem messerator ja was soll ich denn grad auch damit machen ich hab dir nur offscreen aufgeladen damit mach einen godverdammten laser drill oder sowas mach die fresse und hau ab mit deinem scheiß Müllbleck tu mal mit deiner gleichen scheiße oh der ist immer noch eins falsch der ist immer noch eins falsch ich hab gehört ich hab gehört wir klatschen jetzt noch den Gaia mit und dann gehen wir bei draus spielen oder so mal gucken ja ne doch dafür findest du einfach ein ne das ist einfach animal als Kopf ha ne hab ich denn noch für tolle hits oh ich hab immer noch den da lag ne wo ist hits ok hier ist alles ab ich glaub's nicht wie hätt's da ist bei mir irgendwie waypoints klappt vor mir ist das auch wie muss der da nicht auch noch auf ne wand gucken oder auf ne säule oh hier ich bin ein turret ah jetzt vorsicht vorsicht alter fleck entrust gro Depending du hast ja w followers warte ich mach nochmal loankeacke wie bekomme auf der fliegt nur dadurch weg boah ist bei euch auch so rappers aufgetaugt er Jaja... Ne... Ich hab' den Sound raus. Wo ist der? Der ist außerhalb. Der sieht einfach aus wie ich. Der ist außerhalb. Ihr kommt nicht raus. Jetzt ist er gleich wieder in. Der war hier unten. Wo ist der? Da, hi! Da hinter euch. Bleibt einfach jeder in einer Ecke stehen. Okay, cool. Bleibt doch irgendwo stehen, dann boxen wir uns nicht gegenseitig. Black und ich sind unbesiegbar, aber ihr nicht. Geh du mal da unten. Ich bin auch relativ unbesiegbar, wenn ich regen würde. Ja... Ihr seht ja die Partikel, die hier rumfliegen. Und daraus kommt er nicht raus. Black, bleib doch da stehen, wo du bist. Bleib hinter dir. Ja, und was soll er machen? Ich bin unbesiegbar. Du sagst, dass er hinter dir steht. Ja, und was soll er machen? Ich bin unbesiegbar. Will er mich tot... Ja, aber du hättest ihn schlagen können. Ich weiß nicht, ob das ne Idee ist. Der ist irgendwie ein bisschen nervig grad. Warum ist die Musik weg? Bei mir kommt immer noch diese Fahrstuhlmusik vom ARD-Street. Alter, ich verliere doch Herzen im Black. Du auch? Ja, klar. Wollt sein Verkitt geht durch die Rüstung. ...